So, jetzt bin ich auf Sendung hier. Immer schön schnuscht raffallen. Nicht zu hoch ziehen und immer die Schnur straff lassen beim Pumpen. Lieber langsam, aber die Schnur immer straff. Langsam und in Ruhe. So, ich wäre soweit. Dann gehen wir ruhig noch einen Schritt zurück. Dann bin ich ja mal gespannt. So pumpen, dass sie nicht durchfutscht. Na gut, geil. Und gleich, wenn ich in die Harpune reinrann, dann kannst du deine Bremse schnell aufdrehen. Alles gut. Wenn sie steckt. Dann kannst du sie ein bisschen zurückdrehen. Können wir ja mal anflaggen, Robert. Ja, schon klar. Fast 70 Meter. So, das macht nichts. Und wenn der oben am Boot ist hier. Unter Wasser halten. Unter Wasser halten. So, dass ich ihn mit der Harpune erwischen kann, wenn er dann so waagerecht schwimmt. Ja, und dann auch wenn er hier am Boot ist, die Bremse einen Tick aufmachen. Wenn der einen Schreck kriegt, dann macht der eine dermaßige Flucht. Das dauert noch einen Moment, ich hole mal in meine Angel rein. Genau so, nicht stressen, immer entspannt bleiben, kriegst du ihn auch raus. Das wird so die Größe sein, die du gewünscht hattest. Das wär gut. Ja. Erfüllen wir doch. Weil das ja die dünne Angel ist. Ja. Ja. Dann haben wir einen Finna mit ranhängen oder was. Kann ich schaden, ne? Ja, nee, der reicht, glaube ich. Er reicht doch so groß. Ich glaub schon, dass er groß ist. Ok. ich sag mal auch 30 hat er bestimmt 30 hat er bestimmt was sagst du vom gefühl her und nicht mehr lange eigentlich müsste gleich das boot sehen noch nicht unbedingt aber ich bin eigentlich jetzt noch nicht empfehle ich auch ins wasser rein wo sollte ich gleich kommen noch sehe ich nichts da kommt er und jetzt gehe ich mal nach unten alles gut die fänder nicht unbedingt her schmeißen ja wenn du denn nicht so doll zieht du kannst deine route jetzt ruhig von seite legen ich habe ihn ja oder lieber seite legen hier reinstecken in die halterung so sauber geharboniert jetzt in den unterkiefer rein von außen oder von innen ist egal ja sehr schön klasse und dann machen wir gleich noch ein paar fotos von dir sehr geil ja